Hallo zu einer neuen Forest-Folge Vollmotiviert Neue Versuch Wir speichern Wir speichern jetzt Oh ja genau Wir lernen aus Fehlern Ich muss jetzt mal was trinken Und ich muss jetzt was essen auch noch Weil sonst wird das mit dem Bau nix mehr Ich hab jetzt keinen Bock Näh voll schwarzes Zeug Einen guten Appetit Ach komm Scheiß drauf dich Ich hab keinen Bock das jetzt auf Feuer zu werfen Alter ich esse schon das dritte Fleisch Und ich hab immer noch Hunger So jetzt mal das noch Das ist alles voll schwarz So dann trinken wir noch ein Schlückle So dann speichere ich nochmal Speichere du auch nochmal Ach du hast noch nicht gegessen Nein hab ich noch nicht Ist mir egal ich hab gespeichert Dann fang ich schon mal an zu bauen Ja ich mags gar nicht sehen Ja das ist gut Ach Gottes Willen Was ist denn das eigentlich für ne Kacke hier Wir haben uns jetzt entschieden Die Treppe mal in die Mitte rein zu sehen Oh endlich quadratisch Hab ich das nicht gut gemacht Ah komm lass dich umarmen Oh Warte ich hab Wunder Alter Ich glaub sogar da passt in die Treppe rein Ja endlich dankeschön Das ist drauf Die Leute die die letzte Folge geguckt haben Glaub ich nicht davon überzeugt Aber ich glaub wir brauchen noch mal so ein Loch Ne ne bau erst Ich versuch jetzt erstmal die Treppe zu machen Sieht glaub ich ganz gut aus Juppala Ja es sieht doch Ja verdammt okay Okay Oder soll ich die Treppe Willst du die Treppe nochmal wegtun Nicht dass da vielleicht irgendwas wieder dazwischen kommt Da Ja gut aber hier ist so ein komisches Ding ne Wenn ich die Treppe weiter hinten anfange vielleicht Warte ich probier das nochmal warte Warte Es ist so Die Treppe hat so einen komischen Ich probier mal die Treppe hier an So jetzt pass auf So da Und dann fang ich da drinnen an So ungefähr Dann zieh ich die Treppe hier runter So Ach sie wunderisch Oh da brauchen wir auch kein Loch glaub ich Ey perfekt Ja doch ein Loch brauch ich glaub ich schon Ja da ist aber trotzdem so eine Stelze noch ne Jaja den Stelzen den kann man den Äh der ist Den müssen wir haben Aber vorhin war der der steht hier ne Dort wo der Stelzen ist Das ist ja gerade ein Stück Der war vorhin hier Ach so Ich hab das versucht nach hinten zu verschieben Ach sohle ach sohle Aber das Loch brauchen wir trotzdem größer Ja Ach sohle wir schleichen nach oben Ja ich freue mich jetzt richtig dann die ganzen Regali hier abzubauen Ich zerschrei es jetzt nicht Mach einfach dieses verdammte Loch da ist noch ein Ty wauwauwauwauwauwauwauw haveng Es wird von malzumalz schlimmer. Ey, man darf das nicht so an der scheiß Kante machen anscheinend. Das wird aber schlimm. Ja, da kann ich aber nix dafür, dass so eine scheiß Kante bleibt, oder? Also jetzt mal ehrlich, da ist doch behindert, oder... ...kommt man dann trotzdem hoch? Spielstand voll... dann? Shit. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt geh ab, du scheiß Ding, echt. Ich könnte so kotzen. Ich hab Tränen in den Augen. So, jetzt... Nochmal neu laden. Ich geb dich gleich neu laden. Naaaaaahhhh... Komisch eigentlich, dass man nicht mit der Faust eigentlich zuschlagen kann, ne? Guck dir mal dieses Loch an. Was hast du denn jetzt gemacht?! Wieso? Was? Was? Wir wollten doch eh neu laden. Ich war... ich war... ich war wütend. Mann... Mann... God... What the fuck ist der Bauch auch noch weg? Huu Jahren Du bist dein... MongWeil ... Oh, das scheint cool... Hig � MICHAEL Willst du jetzt nen Kampf machen, oder was? Hahahaha Ah, Schattenschuhe Wenn der Spielstand kaputt ist oder so, ey Hä? Was machst du? Die Plattform komm schon mal nicht weg Ey, wollen wir jetzt hier einen schnellen Cut machen, oder? Ja, wir haben einen schnellen Cut, okay Also, bis gleich Bis gleich Willkommen zurück, äh, ja Unser Haus steht wieder Weil der Skull ja alles abgerissen hat Jojojo Und ich probier's einfach direkt nochmal Ich bleib einfach draußen und wart, bis mein Fleisch fertig ist Ich tu mir das nicht nochmal an Wo war das? Wo war das? Das ist nicht so ganz ausgeprägt Nein! Ich hab auch... Komm her! Komm her! Ich hab eh getrinkt statt er Ich wollt's drehen Ich wollt's drehen Ich rühre, mein Gott Ich wollt's drehen Das wird eins zusammengeschneidet Wolle Videos Wir sehen uns noch nicht bei dem... Bei der nächsten Folge Ich hab mir das Fleisch überhaupt reingetan Oh nein Du hast doch nicht angegessen Der ist schon voll weggekackt Ohhhh Warte, warte, vielleicht können wir das noch retten jetzt, pass auf Schnauze Schau dir diese Scheiße an Das war doch nur ein Versehen Das war nicht in der Aufnahme Er hat gesagt, er macht's jetzt Perfekt Er schafft's jetzt Und Was ist rausgekommen? Scheißdruck Pada Nein, nein, jetzt warte Jetzt warte Jetzt warte Jetzt warte Es wird noch ein größerer Scheißdruck Ich wollte er drücken zum drehen Es hat nicht so ganz funktioniert Wir machen erstmal eine Tastenkunde bei dir So, muss er lassen, oder? Nee, also ganz ehrlich Es geht durchs gesamte... Äh... Häuschen, sollte man sagen Ja gut, dann... Spielstand neu laden Juhu! Juhu! Wir sehen uns gleich wieder nach dem Kerzen Tschüss! So, hallo Ich kann nicht mehr Ich will nicht mehr Hallo! Ich fang direkt wieder an, ne? Wieso esse ich eigentlich? Ich... Ach, helf es jetzt nur, ne? Jetzt pass auf Ich schaffe es Ich schaffe es R drücken zum drehen? Jaaa R drücken Genau Mach's das jetzt wunderschön Wenn du es jetzt nochmal verkackst Mach ich's jetzt Es will grad nicht Es will grad nicht Es ist anscheinend nicht gerade Moment Ich helf kurz noch Glaubts jetzt? Ich... Ich glaub schon Ich hoffe schon Jaaa Tu es Soll ich? Tu es Nummer eins Warte, wir speichern schon Sind wir jetzt damit zufrieden? Okay Wir speichern erstmal jetzt Stück für Stück, okay? Speicher bitte Okay, speicher Hast du es? Ja, ja So Weiter geht's Stück für Stück für Stück Weil ich speichern Speichern Das ist ne Chaoten Folge Das ist ne Chaoten Folge Meine Scheiße Das ist die schlimmste Folge ever Ja gut Ich weiß ja nicht Ist die schlimmer als wie die Backfolge Da wurde ja auch ziemlich nah Ja gut Das ist... Macht Konkurrenz Sag ich mal Ja gut Einmal in der Höhle Einmal beim Bauen Sehr schön Boah Mane Güte Musst du nur noch eine wunderschöne Trippe bauen? Dann kann ich ja jetzt was essen Gut Könntest du mich mal Könntest du mich mal Könntest du mich mal mit dem Floß Einmal um das Ding fahren? Oder warte Ich fahre schnell selber Das ist wurscht Oder so Einmal nur da rum Damit ich gucken kann Ob die Treppe rausschaut oder nicht Ich hoffe nicht Weil dann wäre es perfekt Perfekt Wenn nicht Und die schaut raus Gibt's doch nicht Alter Sonst wäre das so perfekt gewesen Was ist denn jetzt los mit dem Scheißfuchs? Meine Fresse Mal schau dir mal das von innen an Wie perfekt das ausschaut Du brennst Ja Schau mal wie perfekt Guck mal da ist der Pfosten So direkt an der Wand Das wäre so perfekt Ja Oder sollen wir es Sollen wir es so lassen? Nee Ja aber schon Seit wann Ich mein wir könnten draußen Ja dort wo das raus guckt Können wir theoretisch noch so eine Ebene bauen So als Balkon Ja Das ist gute Idee Weißt du wie ich mein? Ja Wir bauen das jetzt einfach so Ja? Ja Dann Speichern Juhuuu Wir haben es geschafft Jetzt haben wir noch die Loks holen Das erschien mir jetzt so einfach Übung macht den Meister 19 Loks Jawohl die Treppe kriegen wir noch hin Die Loks die wir noch da haben Wunderschön Da bist du ein Ding genommen Wieso ich? Ich habe gar nichts gemacht Nein Voll dagegen gesprungen Ich habe es auf Videobeweis Ja und ich habe auch einen Videobeweis dass ich nichts gemacht habe Bitch So Oh Gott das will Neu das ist jetzt alles Ne Die ganzen Folgen Ich glaube die letzten Drei Wochen Die ihr jetzt dieses Diese Diese Playlist geschaut habt Ah Also Das stimmt eigentlich ne Also noch die Die ganzen Äh Die Demo Das alles in der Höhle Was ihr noch alles gesehen habt ne Die ganzen Und die ganzen Bugprobleme Und mit der Höhle Vom Vom Sinkhole Und so Und überhaupt allgemein Die Story Die Story Die haben wir alles Heute gespielt Alles Also alles an einem Tag Ja Das war eine ganze Session Also bitte fragt nicht wie lange Wie viele Stunden Oh Gott das will Alter wir haben die Aua Sag es nicht Sag nicht das böse was Das wir den ganzen Tag gespielt haben Komm Zwei Stück noch Fünf Stück noch Wie du uns die Tür Angeschaut hast Was ist jetzt los? Das hat ausgeschaut So Essen ist fertig Genau So Das würde ich dann irgendwie besser verstehen Nur so Ach super Das war Nicht ich Ich schwöre bei Gott Das ist doch so viele Stunden Das war eigentlich fertig Ähm Nein so viel brauchen wir gar nicht Oder sollen wir gleich was mit dem Für den nächsten Bau dann Ach ja 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 Machen wir gleich voll hier Volle Ladung Volle Ladung Kein Loch ist jetzt noch übrig Ich bin so fertig Also ich freue mich dann aufs Schlafen gehen Naja Auf die Pause Und morgen geht's weiter Jawohl Ja super Ja drei Stunden schlafen und dann wieder aufnehmen Hä? Alter Die ist voll schief die Ist doch gar nicht schief Wo ist die schief? Siehst du es nicht dass die zwei Balken da bisschen Schief ausschauen wenn man so drauf schaut Also es ist jetzt einmal natürlich dass es bisschen schief ist aber Achso ja Das ist keine perfekte Treppe Ja Aber wir müssen ohne zu springen Ach scheiße Was? Bitte hau mich nicht Ha Ihr habt's geschafft ohne zu springen Wir müssen nur ganz böse auf den Boden schauen Uh Ah Nein Nein Ich verschaffst Nein Ich will nicht Zieh mich hoch Zieh mich hoch Ah Ah Hätte du das gesehen Ich hasse diese Folge Ich hasse die letzte Folge Du musst ganz links hoch gehen Dann muss man nicht springen Ja ich hab's gemerkt Als ich hoch Als ich da lang gelaufen bin Musste ich eben nicht springen Du darfst Du darfst Jetzt komm ich ohne Probleme hoch irgendwie Aber das erste Mal war das komisch ne? Ja jetzt geht's auf einmal Hm Ah ja Alter wie es ausgeschaut hat Ah jeje Wie du deine Arme nach oben streckst Und da Nachschneizen Kannst du nach links und rechts Ah Irgendwie muss ich da jetzt ne Treppe bauen Oder sowas Irgendwie muss ich da jetzt ne Treppe bauen Oder sowas Custom stairs Oder so Halleluja Die Folge macht mich voll fertig Irgendwie muss man doch hier so ne Kacktreppe hinbepflanzen können oder? Das ist doch zum Beben Ne es geht nicht Mach die Treppe da hin Nein es geht nicht Ich will Es geht einfach nicht Sag niemals nie Es geht nicht Hallo? Ja da Aber wo ist das denn? Warum seit wann sind das so Ankersymbole? Hast du die schon Hast du die Ankersymbole schon immer gesehen? Welche Ankersymbole? Da wenn du von hier auf die Plattform guckst Auf allen Plattformen ist überall dieses Ankersymbol Am Rand Warum musst du hier so? Ne bei mir ist ja nix Krasser Scheiß Oder ist das jetzt wahrscheinlich ein Bau Baumenü war Hey stimmt Das ist jetzt Jetzt ist weg Wenn ich mir so ne Treppe auswähle So ne Anker Hä jetzt ist weg Doch jetzt ist es wieder da Krasser Scheiß Kann man da irgendwie Watt 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 Ich hab's grad gehabt Dieses Ankersymbol Oder meinst du jetzt die Treppe Ne die Treppe Es hat doch grad eben funktioniert Oder? Ja Ne watt es sieht Hey guck Sieht doch gut aus die Treppe oder? Ist es da nicht mit dichter Vom Wasser aus kommt man dann hier hoch Uah Oder? Oder? Ah meint sieht doch ganz gut aus Ja gut dann Was ist das denn du? Was denn du für den Scheiß Sieht ja voll kack aus Mit dem kack weg hier Entschuldigung Oh ich brenne Oh Geht die Richtung Dann warte bevor wir das bauen Ähm was wir speichern Haben wir schon gespeichert seit wir die Treppe haben? Nein Machen wir das nicht mal Hast du? Ja Gut dann mach ich auch Du weißt bevor das doch scheiß aussieht Man weiß ja nie bei dem Spiel Das plötzlich Ding irgendwie Ich probier's mal Ja doch mit springen kommt man ganz gut Ja easy Sehr schön hast du das gemacht Ich hätte doch mehr ins Wasser halten wenn man direkt hochläuft Soll ich hier auch nochmal machen? Auf die Seite Wenn du's schaffst Aber ich glaub das ist bissl zu eng Genau Ich hab hier überall dieses Ankersymbol Wenn wir's aufgenommen Ja nimm Geh mal Drück mal B Drück mal B Und dann die Custom Stairs Und dann ist überall dieses Ankersymbol Das könnte man da direkt ran bauen Ah ja stimmt ja Aber heißt das Sogar bei der Wand irgendwie oder? Ja Voll komisch Vielleicht eher das man dann anlegt Das wirst du anfangen Oder der Ah Interessant 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 Was denn? Das hat's dort automatisch drangefügt glaube ich Oh nöt 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 Die sieht doch ganz nett aus jetzt Ah scheiße jetzt ist vorbei Ja aber wir können sie einreißen Falls es Ja die elf Logs da ne Die eine Fuhre da Wieso packe ich denn da jetzt da rum? Also das war's schon Oh Ach verdammt Zum Glück hast du die zweite Truppe Du hättest auch einfach tauchen können Naja Ach ja Ach ja Ach ja Ach ja Mein Fall Fünf los Scheiß drauf Ich bin auf die Treppe Oh Alter wie schnell ist Blöder Spaß Ich hast du dich in die Folge ist eh schon zu Ende Gott sei Dank Vielleicht für die nächste Folge hat bisschen besser Ich trau dir kein Meter mehr Ich trau dir kein Meter mehr Wir müssen das eh erstmal wieder baumfüßchen Auf den Seiten da rechts Ich hab die immer schon immer da Nie wahrgenommen Ach gut Nächste Folge Baumstämme holen Jagen gehen Ja jagen müssen das glaube ich nicht unbedingt Nee Erstmal baumfüßchen oder Und ich muss erstmal wieder was essen Ich hab so viel gefressen Das bringt mit rein nichts Ja hau was für mich auch rein oder warte ich raus schnell selber schauen was rein Jagen also Fleisch haben wir echt genug ne Ja so Na ja Und dann drüben auf der Insula noch Ja Das ist echt Und im Endeffekt habe ich auch noch mega viel Da habe ich 1,2,3 Hasen 1,2,3,4 So äh Kleine Scheiße äh Ist das so Rehkacke oder so Dann dreimal so Vogel Und dreimal Fisch Also da hab ich echt viel Ja also Essen ist fertig Weil sonst sind fertig Vielleicht brauchst du beide Ja ich brauch beide Aua So Speichern noch und dann ist die Folge vorbei Jo Nur mal speichern So Haben wir es endlich geschafft Super Ach die Treppe steht Danke fürs Zuschauen Dankeee Bis zur nächsten Folge Tschüss 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 Vielen Dank.